Jetzt Elena Lichhoff-Zever, die spielt gegen Martina Hingis auf dem Stadium One jetzt in der Nachfolge. Martina Hingis, die Weltrangliste Erste, hat Aufschlag. Game he is. Die Weltrangliste Erste, hat Aufschlag. Game he is. Die Weltrangliste Erste, hat Aufschlag. 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 Sehr viel Gutes zu sagen, hat's. Die Weltrangliste Erste, hat Aufschlag. Die Weltrangliste Erste, hat Aufschlag. Die Weltrangliste Erste, hat Aufschlag. Noch nicht allzu langen Karriere, die 4 Millionen Dollar Preisgeldgrenze überschreiten. Die Weltrangliste Erste, hat Aufschlag. Die Weltrangliste Erste, hat Aufschlag. Aber eben auch drüber, während in Wimbledon die Netzroller zumeist auf der eigenen Seite wieder runterfallen. Die Weltrangliste Erste, hat Aufschlag. 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 Stopp! Stopp! Game, Hingis! Und das ist schon mehr oder weniger ein dummer Spiel. Und der liegt ihm eigentlich, er hat schon mal einen Satz gegen den Weltrangliste Ersten gewonnen. Aber wie das gehen kann, wenn man hier auf diesem Riesenplatz antreten muss, das haben wir gestern bei Adrian Wollnea gesehen, der sang und klanglos gegen Andrea. Die Qualität des zweiten. Keine Gedanken machen. Das ist die erste Sahne. Rückhand Longline. Eigentlich... Erneut Re-Break durch die Russen. Immer wieder ihre Chance suchen. Wird aber eben selbst auch... ...die Russen kämpft. Und ihr Leben dahinten an der... Unterricht von música bis zum Video ... ...n abong sich schon mal im Wohnzimmer. Leute,誰, der wirISE sind, akuriert haben Maria. Dir eben bevor die Bauz verkaufen ... ...zune integrated Lichtung ... ...sическая Hastaرض ... ...zune sporeng ... Sie ist wieder da, muss allerdings auch ihren Aufschlag verteidigen. Ja, das hat sie sich bedient. 1 in die Verlängerung, 5-5. 40-15. Nie an der Schnur gezogen. 1 in die Verlängerung, 5-5. 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 30-15. 30-40. 1 in die Verlängerung, 5-5. 1 in die Verlängerung, 5-5. 30-15. 1 in die Verlängerung, 5-5. 1 in die Verlängerung, 5-5. 30-15. 4 in die Verlängerung, 5-5. 3 in die Verlängerung, 5-5. 1 in die Verlängerung, 6-3. 3 in die Verlängerung, 6-7. 5-7. der übernächsten runde eine mögliche gegnerin von martina hengis aber wenn es so weiter geht das neunte break in sich glücklich 22 ich habe den tag erwischt 30 15 ja der deutsche an dem thron der nummer eins ein bisschen wackeln kann die 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 Gut, den Ball. Ja, da geht jetzt richtig die Post ab an der Grundlinie. Gut gekonnt. Und zwar zumeist ohne Helm und Schienbeinschützer. Und darauf angesprochen, dass David Wheaton vor drei Jahren mit Rollerplates mal einen schweren Unfall hatte. Wir wissen ja, dass sie sich auch bei ihrem großen Hobby, dem Reiten auch schon... Und es ist vielleicht auch ein Grund dafür, dass sie... Damit wird er einige Punkte verlieren hier in New York, denn... ...macht den Matchball selbst. Martina Hingis